weil wir sind da rechts los die wurden hinterlaufen und haben sich gemerkt deswegen hinterläuft man ja auch damit die leute es nicht mitkriegen aber das lief natürlich super schrieben vorsicht rechts alles gefilmt haben da ich sehe gerade ich guck mal ebenso links unten ich habe schon 42 karten macht und kann gerade mit 13 on the hand unterwegs durch hier die gegend hier ich habe 13 jetzt habe ich 16 karten macht weiter ich habe das überhaupt nicht mitgekriegt so alter ich habe 45 karten macht ich glaube das ist ja gut ich bin der höchste und du bist direkt hinter mir du verfolgst mich hart ich bin gerade hart überlegen gewesen ja hier kommen sie so dann habe ich mir das mal ein bisschen mehr mana ran da konnte ich mir gut was kaufen ja rechts angreifen wirst du mir erst mal mit rechts verteidigen so krux geht zu dir ich kümmere mich um die mitte um den gegnerischen krux ich habe alles gegeben um den turm noch zu lassen scheiße krux geht nach links aber scheiße wie sagt man das noch mal jetzt kommt dann nicht so vorsicht so richtig vorsicht das kam zu spät hier entschuldigung das finde ich noch kriegt ihr da ja geh mal lieber zurück mein freund ja verpiss dich mal ist besser so für dich so ich gehe mal wieder ein bisschen jonglen ich habe jetzt 48 karten macht und habe den dschungel ich dschungel nicht mal aber der ist halt die ganze zeit voll wenn ich reingehe ich war kurz drin und bin mit 16 wieder raus gekommen stelle mir vor ich mache das mit quang habe den dschungel so für mich alleine ende alter ende bei dir im dschungel ist kein märer ne passt jetzt nicht dazu aber vorsicht bei mir ich sehe nichts doch komm mal mit da hat sie wohl so hat in die hosen geschissen dass er direkt diszipliert ist und ich muss mal kurz rechts da kommen gerade ein paar bin jetzt an wir haben 27 tode alles klar ist meine schuld ich habe davon zwei ich habe fünf aber ich bin halt immer in teamfights reingegangen und sowas okay passt mal auf ich setze jetzt meine fähigkeiten ein kreis viereck ulti okay jetzt konnte ich nicht so schnell aber jetzt habe ich meine viereck jetzt habe ich wieder meine kreis und in acht sekunden meine ulti das meint ihr doch nicht ich kriege echt zu viel gerade wieder ja die wollen direkt den inhibitor holen oder was da müssen wir auf jeden fall rauf ich komme von hinten ich könnte jetzt sogar ein mit reinziehen also ich könnte den direkt reinpushen äh 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 okay okay gut ich hätte rampage angreifen können eigentlich ja ich hätte rampage echt angreifen sollen wir haben den inhibitor noch hochschützt also links schaffen wir auch zu zweit da müssen wir jetzt nicht wirklich wieder alle hin okay du wärst wahrscheinlich noch gut vielleicht können wir noch entkommen ich gebe alles und noch viel mehr ich glaube geradeaus nein ich bin nicht reingekommen du musst ihn kriegen du musst ihn kriegen okay nice gut lass jetzt mal die eier in den sack packen und links jetzt hart durch ja geh mir aus weg fetter krux ich hole noch mal kurz damage buff okay ich renne schon wieder mit neuen karten mach durch die gegend ich auch so bam alles raus warum schießt er auf mich das bringt ihm überhaupt nichts ich bin full live und Murdoch schießt einfach seine Ulti auf mich er ist halt ein Profi aber sowas von alles gefixt du lässt mich hier jetzt nicht alleine kämpfen du lässt mich hier jetzt nicht alleine kämpfen du dreckiger Hohundsohn alter ich hoffe ich habe meine Ulti die ganze Zeit auf den gerichtet ja gut dann attack ich weiter jetzt kommen doch ran zu viel riskieren ich wollte es nur sagen ich bin heute echt sorry ich bin heute scheiße das ist meine schuld tut mir leid ich hätte auch nicht rauf gehen müssen aber ich habe halt die chance gesehen dass wir da jetzt einen weg holen hätte ich nicht so kacke hätten wir das auch geschafft ok soll ich das opfern oder das opfern eigentlich bräuchte ich das mana echt ne dann mache ich mal das mal gucken wie das im ende dann verläuft ach ich habe ja sogar noch eine karte die karte muss weg sonst passt das glaube ich gar nicht von meinem deck her so wo bist du da bist du wo noch drei karten macht dann bin ich voll links ist kurz auf dem vormarsch ich glaube da solltest du langsam mal rüber das war gerade ja da ist ja noch ist sie alleine sieht so aus ich kann es halt nicht sehen ich kann die minions nicht zu gucken wie sie ja das ist doch lov von gerade eben also den solltest du echt kriegen so was ist da recht schon wieder los einer die rennt zu dritt vor ein gegner weg oder was vor zwei die rennt zu dritt vor zwei gegner weg das bringt jetzt auch nicht wenn ich da rein schießen nee man macht du erst mal noch ein bisschen die minions links weg dass wir da ein bisschen luft haben weil sonst müssen wir da gleich wieder hinein ich bin das wollen bitte verstehst du da hätte ich sogar fast noch gekriegt da war scheiße rampage und keinen mehr die könnten wir beide die sie holen aber bei denen bin ich mir nicht so sicher bei den team mails hier ja riskiere nicht zu viel die rennen auch einfach weg wenn die sehen die haben keine chance ok krux will aber da kann ich nicht das kann ich nicht keine chance aber ich brauche hier deine hilfe so langsam wird kritisch aber kein mehr war ist weggegangen und wenn sich zieht sich jetzt auch zurück perfekt so erstmal hier alles raushauen vor allem alter guckt die haben wie schnell zuschlag mit dem typen ok also ich sehe ich schlag mit dingen schneller zu mit keinem euro und krux und so aber da bin ich halt auch nur auf schaden hier habe ich halt auch was bei maler und ich glaube ich werde sogar noch ein bisschen mehr maler machen denn ich kann die fähigkeiten echt so schnell einsetzen das ist der shit stell dir vor du hast doch noch karten die cool da umbringen ne das bringt nichts alter das ist so nutzlos fähigkeit benutzt fähigkeit ist fertig fähigkeit benutzt fähigkeit ist fertig hau ich einfach die ganze zeit meine kreis raus einfach die ganze zeit die kombi kreis vierkulti ich gehe mal zurück ich habe keine lust da zu sterben viel spaß ne hier zieh dich mal zurück kumpel ey was ist hier los ho nein 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 hier hier geht ihm braucht hilfe kamera ist da ich bin bei ihm ich wollte eigentlich dich saven ah das war echt unglücklich Gideon hatte mich schon gesaved der hatte halt quantisch den rest gegeben und dann kam der sniper schluss von murdoch der war der hat mich gekillt der hat mich aus den latschen gehauen alle leute wieso mitte verteidigen die greifen noch rechts an so links 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 kommt auch wieder einer Gideon geh mal rüber ok für ein mau geht schon Leute ich habe hier drei gegner ja juckt ihn nicht juckt ihn nicht naaaah keine chance ah ich brauche noch 26 sekunden dann bin ich wieder da was für idioten das hätten wir verteidigen können ich habe das auch gerade nicht realisiert ich hatte geschrieben dass die links rüber gehen sollen weil das hatte ich halt gesehen dass der krux auf dem match ist was bei dir abgehen habe ich gar nicht mitbekommen das war auch ein fehler von mir ich hoffe fang mau kriegt das da hin soll ich zu euch oder links rüber komm lieber zu mir ok das hier sind hier weiter verfolgen weiter verfolgen weiter verfolgen weiter verfolgen das kann jetzt nicht der ernst sein oder so kommst du nicht irgendwie drum ich weiß so weit wird mir meine r1 wahrscheinlich nicht reichen ja dann rückzug moment ich versuche es naaaah auch nicht mit der ulti zusammen scheiße warte komm mal zurück hier war jemand an unserem sammler aber moment ich gehe durch den jungle sehe hier nichts könnte gleich eventuell hilfe in der mitte gebrauchen gegen rampage ja ok komm warte da war wieder der kill geiler aaaah man ich wollte ihn auch gerade holen nicht mehr oh man ey das kann nicht sein ich muss wieder die ganze zeit von lane zu lane rennen weil keiner was geschissen kriegt und im jungle bei mir ist jetzt auch noch kein mera glaube ich oh shit zurück der andere box typ kommt auch die wissen nicht dass ich hier bin ich werde gleich von hinten angreifen da ist quatsch so kamera holen wir jetzt wenn wir den jetzt nicht kriegen dann fick ich esel ich muss weg ich muss weg ich muss weg double escape alter kommt schon kommt schon das kann ich das kann ich ja ich wollte schon ich wollte schon den teufel ficken ich habe ihn gerade schon heraufbeschworen aber dann habe ich noch mal gesagt ja gut kann sich noch mal verpissen ich glaube das ist jetzt das erste mal dass ich außerhalb außerplanmäßig von einem tod oder aufbesserung nach hause zurückgegangen bin um mich auf hier leben aufzufüllen er geht noch hause ja hier base basis hause hat sich nur so geil angeht ich gehe mal eben nach hause kartenpunkte und so weiter ja alles klar ich gehe noch kurz was essen coffee to go kurze frage wollen wir mitte oder wollen wir rechts mörder kohlen das recht das recht mörder kohlen noch nicht angreifen ich gerade von vorne an und so als ob ich ihn unbedingt haben will und dann holst du ihn easy von hinten okay so kommen 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 wenn der plan geht jetzt voll in die hose ich muss den holen er hätte mich fast gekühlt weißt du das war einfach nur wieder so ein ausgeklügelter plan damit du ein kill kriegst das ist einfach so klar ja doch hör auf mich zu verarschen du kill geiler wichser 202 er ist der abhobel der stellt sich ich mache ihn fast dauernd tanz um ihn herum weil ich ihn nicht töten will und dann bin ich aber fast tut was soll ich mir bitte machen was machen unsere jungs sein der mitte alter weiß jetzt nicht ob ich den helfen soll ob ich hier rechts weitermachen soll links kommen langsam minions vor dass wir gut finden da mal einer quatsch ist auch gewögt also drei gegner in der mitte einer links dann kann ich rechts im besten fall jetzt für schaden sorgen ja ich bin recht komm 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 minions lauf 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 sprint 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 endspurt ja deutschland des weltmeisters so turm gefickt in die kleinsten einzelteile die es gibt eines turms die kommen alle zu dir rüber aufpassen ja habe ich mir schon gedacht alter war das knapp ich wollte mich eigentlich oben auf die kante stellen und warten bis da einer ist und dann runter springen und abhauen und dann bin ich auf einmal runtergerutscht und gott sei dank leider nein gott sei dank eine sekunde später weil ja der kam da halt wirklich eine sekunde vorher an und dann wäre ich vorher runtergerutscht dann wer scheiße so links und rechts man das kommt du mit mir rechts wir machen das murdoch verpiss dich äh ne nicht entschuldigung ich möchte fang mau fang mau hast du erst kein mirror ein hilf ein hilf da ist meine hilf ich komme alter ist unser fang mau scheiße wo ist wampage hinter dir also krux ist tot ne der ist gar nicht tot oh scheiße das verlieben wir glaube ich wieder weiß ich nicht wenn der jetzt da gut verteidigt wie sollen wir den inhibitor links verloren bei der miniens waren und fängt mau nicht links rüber wollte er wollte lieber rechts rüber mit uns und das sterben einfach übelst nutzlos so was nutzloses hatte ich echt noch nie gesehen ja und rechts ist jetzt auch weg wieso springt er denn nicht hoch och man irgendwie ist mein chat links ein bisschen komisch da sind irgendwie manche sachen einfach überschrieben über eine andere schrift quasi rüber geschrieben und irgendwie manchmal auch ein halber kilometer abstand er könnte jetzt auch gut sein dass sie den europa holen ja du bist noch tot leider ja wir machen wir jetzt am besten ich bleibe erstmal defensiv bist du wieder aber da bist zumindest was macht ihr hier geht da jetzt nicht vor dann finde ich heraus wo ihr wohnt und schiebt einfach eine komplette ich weiß noch nicht was aber irgendwas werde ich euch in den arsch schieben und zwar so richtig kompletten schinken die bülle ja wohl nato rakete so wie sonst auch ja na klar so gut wie machen wir das jetzt wie gehen wir das jetzt an wir werden jetzt versuchen den inhibitor in der mitte zu holen macht es mit fengm oder linkslos einer der wird von den minions gekillt hat der geschluckt der typ wir haben es bei den ord aber wir haben kein das bessere hatte ich nicht so crunchy crunch crunch die können wir uns holen die können wir uns holen nicht drauf gehen das ist eine Ablenkung das ist Ablenkung ja egal wir hätten die sowieso gekriegt so haben wir zumindest ein kill alles klar guckst gute nacht ich komm zu dir ok nice lauf 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 bitte keine ulti jetzt bitte keine ulti jetzt bitte keine ulti jetzt bitte keine ulti jetzt alles klar keine ulti jetzt perfekt einmal auftanken das macht 380 euro sowie picken wir uns raus murdoch ich komme nicht rein hat einfach ein millimeter gefehlt scheiße das ist verloren da dann noch ein kill gemacht ach man schade lief eigentlich ziemlich gut das hat so gut angefangen und dann kommt da sowas bei raus naja hier fengmau und krux waren das glaube ich die sind halt immer irgendwo vor gerannt schon ziemlich am anfang und haben da ich viele tode für uns geholt na gut ich ja ich habe neun aber bei krux zehnmal aber geht ihren elf mal ich habe neun weil ich bin so im ernst 13 ist es ist oder es ist wieder zugeschlagen ja es würde glaube ich echt viel besser laufen wenn wir uns daran halten würden dass wir immer zusammen machen alles zusammen irgendwie schon aber das ist in manchen situationen einfach nicht möglich wenn die anderen mates nichts machen das ist wie sage ich das jetzt freundlich das ist scheiße ja das stimmt bei anfang das lief echt hammer gut bei uns das war zwar ein bisschen schlecht abgesprochen ich gehe ich gehe erst mal auf murdoch auf bin fast tot aber du hast ihn dann noch weg geholt ich habe überlebt und dann haben wir das ja noch mal geschafft das lief ja ganz gut als wir da zusammen agiert haben irgendwann ging es den berg runter ja 39 ist jetzt auch nicht der schild aber dafür habe ich 13 assist alles eigentlich ganz gut ja ich bin halt auch echt wieder das ein oder andere mal gestorben weil ich meine teammitglieder einfach verlassen haben das war mal wieder erstes aber na gut dann würde ich sagen verabschieden wir uns hier mal von diesem video ich hoffe es hat euch gefallen bis zu sehen er reitet mir einfach rein alter wird ein dreckiger lutscher und mit dieser erkenntnis bis zum nächsten mal tschüss der dreckige lutscher der hat